Inazuma Eleven, Go! Licht! Ähm, ja, mehr sind das nicht, deswegen wird das Video nicht allzu lang sein. Ähm, so, und zwar müssen wir bei Herr Veteran, nämlich die Milky Way Charter, die Almaty Fate, Royal Academy und Pirates Kauf auf 1. Rang bringen. Dann können wir hier die Seifenblasenbombe bekommen und den Silberschlüssel. Und somit können wir jetzt nun die zwei Silbertruhen öffnen und dazu müssen wir von hier aus erstmal nicht allzu weit laufen, denn die erste Truhe befindet sich direkt in Windsor's Haus, also bei Aaron Sherwent. Und, ja, das ist ja noch easy. Eigentlich sind beide easy. Und zwar direkt hier haben wir die Silberne Truhe. Du hast eine Einladung für Entfesslung des folgenden Kampfgeistes erhalten. Roch! Joa, ist nicht schlecht. Dann machen wir direkt weiter mit der letzten und die für mich entscheidende. Dafür müssen wir zum Roulette Park und dort zum Eisgebiet, also Richtung Arcto Arena. Also auf der eisigen Schneise, wo wir auch quasi das Ivy Salivicti Trikot, äh, Karte bekommen haben. Trikot wollte ich schon sagen. Äh, ne. So, naja, da geben wir jetzt einfach mal auf. Und eigentlich quasi auch in der gleichen Richtung ist tatsächlich die zweite und letzte Truhe. Es kann, ich weiß es nicht, ob, ich hab jetzt mal recherchiert und es waren tatsächlich nur zwei Truhen. Ob das stimmt oder nicht, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, dann werde ich das Ganze nochmal, äh, neu machen. Beziehungsweise nachreichen, was fehlt. Und hier ist die zweite und angeblich letzte Truhe. Und hier ist ein besonderer, äh, was Besonderes drin. Du hast die Einladung zur Entfesslung des folgenden Kampfgeistes erhalten. Berserker. Und das ist das, was ich unbedingt haben wollte. Joa, und das war's eigentlich auch schon, äh, für das Video. Also, wir sehen uns dann in den Touren oder halt zum, wenn wir den Goldschlüssel haben. Dort gibt es auch nur sehr wenige Truhen. Also, bis dann.